Nächster Morgen und direkt die nächste Herausforderung. Wir wollten heute eigentlich erstmal nichts machen den ganzen Tag. Das Wetter ist nicht so gut. Gestern war eine lange Nacht. Und dann stellt sich gleich beim Aufstehen heraus, dass bei den Nachbarn irgendwie der Vergaser hinten sich gelöst hatte. Dann wollten wir das erstmal reparieren. Alles Werkzeug rausgeholt und gemacht und getan. Aber dann hatten wir keine Verbindung mehr für den Endtopf. Und dann kam wir auf die coole Idee, das mit einer Bierdose zu verbinden. Also Deckel und Boden von der Bierdose abgeschnitten. Und dann mit Kabelbindern einfach verbunden. Und jetzt noch mal eben auf den Weg zum Baumarkt. Und noch ein kleines bisschen Draht kaufen. Und dann hoffe ich mal, dass alles wieder gut bei denen funktioniert. Heute gibt es einen Tag in Reykjavik. Erster Stopp, natürlich das Einkaufszentrum. Selbstverständlich darf die Hallgrimskirche auch nicht fehlen. Tschüss. Tschüss. Acht. Schon gleich. Anna. ột